So liebe Freunde von This is Land is my Land, herzlich willkommen zurück. Ich bin wieder unterwegs in Richtung Fort Subminster. Auf dem Weg dahin könnt ihr mich jetzt begleiten. Das ist ein Reh, vielleicht kann ich nicht mehr sehen. Ich glaube von irgendeinem Tier bekommt man dieses Sinyu. Jetzt ist es weg. Vielleicht muss ich mich dem heranschleichen. Na wo bist du? Da bist du nicht. Das ist weg. 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 Ich weiß leider nicht wo der Morbler steht. Eigentlich muss ich ja bis hier hin. Ich kann irgendwie nichts setzen, also es ist noch ein ganzes Stück zu laufen, aber ich glaube da davor war auch noch irgendein Vor, ich habe jetzt vergessen wie es war, ich hatte es schon mal aufgedeckt, aber wahrscheinlich solange man das nicht eingenommen hat, ist das dann am nächsten Tag wieder weg. Ah, meine Peck hat zwei Hände aufs Boot gekauft, das ist besser, dann könnte ich ja theoretisch noch ein paar Leute auf Wanderschaft schicken. Da kommt wieder ein Tier, ein Pferd. Ein Pferd würde es natürlich noch besser wegkommen. Also ich habe es schon mal geschafft so ein Pferd aufzusteigen. Aber so schnell wie sie kommen, sind sie wieder weg. Was ist das? Kastina Boot Camps Ere, ok. Da ist man angefangen. Könnten wir ja mal mitnehmen auf der Durchweise. Genau. Ist ja vielleicht ein Frauchen. Da ist es. Da ist es. Da. Drei Leute. Drei oder�� malfunction прилuten und wenn es einfach, wir würden nicht rein nehmen. inspirieren, aber ich bin Tag Wiederholen. Okay. Was? Have you ever used them? No! 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 Sorry! I just had to go in there. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Okay, das war's. Jetzt gehen wir mal zu diesem Feuer. Und ich habe Skillpoint 755. Mal gucken, ich brauche 5000. Da kann ich die Persäure aktualisieren. Da ist das Feuer. Ich weiß, was kann ich da erspeichern. Hoffentlich. Rest. Enemy is too close to you. Okay. 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 Okay.